Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hat er ein bisschen Glück gehabt. Wahnsinn. Ein sehr starker Ballwechsel. Unglaublicher Ballwechsel. Einem ehemaligen Top-Tempf-Spieler, der für Österreich startet. Das war schon nochmal ein großer Erfolg. Im Einzelhaus Silber geholt. Also da hat er auch gezeigt, dass er auf jeden Fall noch in Topform ist mit 51. Und der Ballwechsel ist auch stark. Wahnsinn. Und der Ballwechsel ist auch stark. 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 Und der Ballwechsel ist auch stark.